13 Kinder für Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz und Kurfürstin Elisabeth Stuart in 19 Ehejahren. Drei kommen noch auf dem Heidelberger Schloss zur Welt, als drittes und erste Tochter, Pfalzgräfin Elisabeth, November 1618. Knapp ein Jahr nach ihrer Geburt lässt sich der Vater in Prag die böhmische Königskrone aufsetzen. Man zieht mit dem Hof an die Moldau und schürt damit, ohne das zu beabsichtigen, das Feuer zum großen europäischen Krieg, dem Dreißigjährigen. Tochter Elisabeth nimmt die Eltern nicht mit nach Prag, sie ist noch zu klein und bleibt am Neckar bei der Großmutter. Dann bringt man sie an den Kurbrandenburgischen Hof und erst 1627 trifft sie die Eltern wieder. Die leben inzwischen in Den Haag im holländischen Exil. Böhmischer König war der Vater nur einen Winter lang gewesen. Sophie, die jüngste Schwester, beschreibt Elisabeth als allgemein bewunderte Schönheit und fügt hinzu, sie hatte schwarze Haare, einen frischen Tell, strahlende braune Augen, breite schwarze Augenbrauen, einen hübschen roten Mund, wunderschöne Zähne und eine feine Adlernase, die jedoch leicht rot wurde. In solchen Augenblicken versteckte sie sich vor allen, ich erinnere mich, dass meine freimütige Schwester Luise sie in einem solchen Moment aufforderte, zur Königin hinaufzugehen, da es die Stunde dafür sei. Prinzessin Elisabeth sagte zu ihr, willst du, dass ich mit dieser Nase zu ihr gehe? Worauf Prinzessin Luise erwiderte, willst du vielleicht warten, bis du eine andere bekommst? Als Elisabeth 15 ist, macht ihr der polnische König einen Heiratsantrag, eine noble Partie wäre das gewesen, allerdings müsste sie konvertieren und katholisch werden, was für die überzeugte Kalvinistin undenkbar ist. So bleibt sie lebenslang unverheiratet. Die Pfalzkinder sind gescheit, talentiert auf vielen Gebieten und umfassend gebildet. Prinzessin Elisabeth scheint von alledem besonders viel zu haben. Nochmal, Schwester Sophie, Elisabeth war sehr gelehrt. Sie beherrschte alle Sprachen und alle Wissenschaften und pflegte einen regelmäßigen Umgang mit Monsieur Descartes. Aber dieses große Wissen machte sie etwas zerstreut und gab uns häufig Anlass zum Lachen. La Greque nennen sie die Geschwister, die Griechin oder Signora Antica. Tatsächlich diskutiert sie mit den großen Gelehrten ihrer Zeit auf Augenhöhe, unter anderem mit René Descartes, der mit seinem Satz «Cogito ergo sum» die Tür zu einer modernen Philosophie aufstößt. Später im Leben dann auch mit Gottfried Wilhelm Leibniz und vielen anderen Denkern der Zeit. Ein intensiver Briefwechsel Elisabeths mit Descartes wird erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Er zeigt, welch eigenwilliger und teilweise modern denkender Kopf die Pfalzprinzessin war. Wie gewinnt man Glückseligkeit? Descartes sagt, nur mit Vernunft. Dagegen Elisabeth, Einspruch, Vernunft ist nicht alles. Es gibt einen Gott, den braucht man, um Krankheit zu besiegen und es gibt Leidenschaften. Nahezu modern ist auch ihre Ansicht, wonach Körper und Geist aufeinander einwirken, heute geläufig unter dem Begriff Psychosomatik. Bemerkenswert schließlich ihre religiöse und weltanschauliche Toleranz. Die Gedanken von Türken und Heiden sind zu akzeptieren, sagt sie, wenn die Gedanken richtig sind. Elisabeth lebt mal da, mal da, bleibt nie wirklich auf Dauer. 1651 zieht sie aufs Heidelberger Schloss zu ihrem Bruder Karl Ludwig, dem regierenden Pfälzer Kurfürsten. Aber als sie beim andauernden Ehekrach zwischen ihm und seiner Frau Partei ergreift, für die Kurfürstin, muss Elisabeth wieder gehen. 1661 wird sie stellvertretende Äbtissin im protestantischen Frauenkloster Herford in der Nähe von Bielefeld. Sechs Jahre später wird sie Äbtissin dieser unabhängigen Reichsabtei und damit juristisch auch die Landesherrin. Im Februar 1680 stirbt sie im 62. Lebensjahr. 2. Lebensjahr dabei